Jetzt kann die Wunderte wieder da bekommen. Blub, blub, Leute! Wir sind wieder da. Übrigens. Kennst du die Legend der Wetscherraven und seiner Armour? Kennst du jemanden, der so eine Armour kreieren könnte? Geh zu den Dwarven Blacksmith. Er schützt irgendwo in Olvazima. Ich bin sicher, dass er sich helfen kann. Great. Zu spät, Schatz. Tut mir leid. Ähm... Ich hab das hier verpeilt, sorry. Always. Ich vermiss dich. Erstens ein Kiss. Jetzt? Nicht schützt. Um... Äh, okay. Soll ich empfehlen mich für einen Zwergenschmied, der in Olvazima verstecken soll? Achso, ja, ja. Das haben wir schon. Okay. Aber hier haben wir gerade mal einen Moment Ruhe. Das ist sehr gut. Das ist jetzt unser Safe Place sozusagen zu sein. Okay, ich muss mich zuerst um die Striegensache kümmern. Ja, das wird Hauptquest sein, oder? Die ganzen Verträge. Die ganzen Verträge, die werden alle... Äh... Im Sumpf sein, denke ich. Und da werden wir jetzt zuerst hingehen. Na, beim Turm. Ich will aber erst was mit der... Mit der Rüstung machen. Und dazu müssen wir in den Sumpf. Okay. Da gehen wir jetzt in die Richtung. Sorry Scherz, aber ich hatte vergessen aufzunehmen. Ähm... Wo muss ich denn hin? Ich ignoriere die Naps jetzt einfach. Ich glaube hier hin. Das Loch in der Mauer. Das heißt da unten. Äh... Somewhere. Doch, da. An der Barrikade vorbei. Ich hoffe, ich komme jetzt an der Barrikade vorbei. Man muss das mit der Striege jetzt nicht zuerst machen. Äh... Anscheinend komme ich an der... Da sind die Barrikade. Ja, anscheinend komme ich an der Barrikade nicht vorbei. Soviel zum Sumpf. Das können wir dann erstmal haken. Äh... Keine Ahnung. Was soll man dann machen? Das mit der Striege jetzt? Ich meine, könnten wir... Was muss ich denn jetzt machen? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Muss ich jetzt erstmal das mit der Striege machen, um weiterzukommen? Damit ich dann in den blöden Sumpf komme? Hm... Ich habe doch den Blödsinger Eintrag. Kalkstein aufsuchen. Achso, den Todesstaub, den habe ich schon. Cool. Ähm... Garkinspeichel haben wir nur einen. Fürchte ich. Und zum Zermitauren, da fehlen uns auch noch drei Kiefer. Oder zwei. Komme ich jetzt in den Sumpf, ist die Frage. Nein, ich komme nicht in den Sumpf. Die Barrikade ist da. Das heißt, ich muss jetzt erst den Striegenscheiß machen. Okay. Ich hoffe, wir können sie befreien. Weil das wäre mir echt wichtig. Ähm... Ich will sie nicht sterben lassen. Das heißt, da unten müssen wir jetzt hin. Also rechts. Oh, du Nab. Jetzt verschwinde endlich. Geh jemand anderen suchen, der dich abmetzelt. Hier kommen wir nicht durch. Ja, ich würde gern speichern, Leute. Aber nö. Darf nicht. Kommen wir hier zum Turm? Ja, das sieht so aus. Hier also. Dann machen wir halt erstmal den Striegenquatsch. Was soll's. Tafelwasser braucht der Hexer ja leider nicht. Okay. Und nun? Ich weiß, dass es hier noch weiter ging. Hm. Somehow. Oh, Kalkstein steht da rum. Ach, guck mal. Was ist jetzt los? Oh, es kackt schon wieder ab, Leute. Was soll das denn? Was soll denn das? Dass es dauernd immer abschmieren muss. Ich mach hier nochmal einen Cut. Hoffentlich können wir den Quatsch zusammenfügen. Weil irgendwie geht der Partner überhaupt nicht lange. Mal schauen. Bis gleich, Leute. Hoffentlich. wo man praticiert das auf wearnet. Ich.